hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge live 3 hier von holznamen wie immer mit dem team und exe und mir und mir wurde gerade der deutz auch geklaut das heißt für mich muss mir schon wieder einen traktor suchen zu pressen und jetzt wäre er mit denen ich eben geklaut oder nicht im adult hat er mir geklaut das ding das ist doch zum pressen total scheiß aber ich nehme das zum abfahren das wird er ja wohl schaffen ach leute ich sage euch dieses deutsche zeug nix nix gut an alle deutsch fans die leute 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 so vorletzte drittletzte folge auch für euch sonntag könnt ihr gerne im live stream vorbeischauen wenn er nichts zu tun habt ab 19 und 30 gibt zero hero mit dem leben axel könnt ihr gerne mal auf twitch vorbeischauen sonntag 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 das ist das wochenende ist schon bald wieder vorbei und der letzte sonntag live 3 ich kann es nicht oft genug sagen ob das ist jetzt noch macht dass ihr euch das noch mal verinnerlicht willst du mir noch ein deutsch klauen wieso jetzt habe ich das ding runtergefahren ja fahren die neuner deutsch runter kommt der mir entgegen ach herr schlossberg hier ist er wieder was ja ihr siebener deutsch hier haben sie ihn wieder ich habe mal eben software update gemacht können sie wieder benutzen hätte dafür nicht hochfahren können mit seinem scheiß laptop ich weiß es nicht es ist so schwer da ruhig zu bleiben naja und jetzt jetzt wird der siebener software updated oder was kann ich jetzt gleich wieder abholen ich habe jetzt den kleinen akrotron wieder genommen um ballen einzuholen dann wollte ich jetzt nicht vor die vor die presse spannen ja äh stell den siebener bei mir ab ja oder brauchst du den äh na ich hätte halt wieder vor dem ballenwagen gehangen ja dann hänge ich den vor dem ballenwagen ja ich fahre hier gerade mit dem ballenwagen ach komm ich stell ihn hier bei dir eben kurz hin ich glaube jetzt wieder runter hol den neuner ja fahr dann hoch und ernte äh oben das feld fertig ja mach das so alles klar ja hast du da genug abfahr äh behältnisse oder muss ich nochmal kommen da oben müsste eigentlich noch der anhänger stehen na ich hatte ja beide hingestellt glaube ich ne ja und ich hab nur wir bin nur mit einem runter gefahren äh da müsste eigentlich ja der steht da oben noch alles gut okay gut ein äh fan steht da oben auch weißt du was ich lauf da so hin und fahr nachher mit dem fan runter weil ja mach das so alles klar wir hören uns tschüss tschüss doch färbt mit den neuen technik ich sag es euch das ist nichts erst das licht an batterie gleich leer ach ja dunkel wird es auch gleich es dämmert ja schon kann man ja schon sagen so ich würde jetzt nochmal pressen da haben wir ja auch die Wiese noch verlegen oh man es nimmt kein Ende gefühlt es nimmt kein Ende was ist das Ding jetzt an ne hab's ausgemacht das bringt natürlich keine Punkte ach ja ich weiß gar nicht was ich euch heute erzählen soll Mensch ich weiß gar nicht was ich euch heute erzählen soll ich bin mal gespannt es wird wohl wieder eine Abschlusschallenge geben was da kommt ähm ob wir da nochmal punkten können ich meine es war ja die Challenges waren gar nicht so schlecht auf dem dem Spielstand hier im Live 3 die erste habe ich ja gewonnen glaube ich wenn ich mich nicht irre mit dem Mähen da und so weiter mit dem Ballenstabel in der letzten wo man dieses Männchen nachbauen musste war ich Zweiter ne das ist gar nicht so schlecht bei den Challenges habe ich äh mich gar nicht so blöd angestellt das war noch eine so vergesslich Leute ist das echt ich bin auch mal gespannt wann sich das LU meldet äh wie viel da rumgekommen ist wie viel wir da eingenommen haben wenn die Honig und ähm Joghurtprodukte verkauft haben es wäre so schön wenn man dieses Spiel ohne Leg spielen könnte es wäre so schön ohne Legs ich würde es was trinken mal sehen ich wäre auch gut davon habt ihr jetzt natürlich nichts ihr seht das am Sonntag heute ist ja Donnerstag ihr wollt heute Abend nochmal bei GTA vorbeischauen ähm aber ich glaube wir haben danach noch eine Besprechung zwecks Planung Nachfolgeprojekt da wird das wahrscheinlich nichts wird nochmal bei GTA reinschauen Himmel mit 9 kmh er hat man ja lang das ist doch echt nicht mehr freilich dann sammeln wir ja schon die Ballen immer gleich ein Mann du also ich habe es in der letzten Folge schon mal gesagt äh schreibt mir gerne mal in die Kommentare was ihr mal sehen wollt auf dem auf meinem Kanal ähm auf was ihr Bock habt als Nachfolgeprojekt äh was ich da vielleicht bringen soll Einzelgameplay Teamgameplay welches Spiel welches Genre könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben das würde mich interessieren ich bin mir noch nicht sicher was ich machen will wie gesagt ich hatte auch erwähnt dass ich äh drüber nachdenke GTA einfach aufzunehmen also nicht mittwochs wenn die Storylines von Tino Fries sind sondern so wenn ich drauf bin meinen anderen Charakterspiele beziehungsweise je nachdem könnte ich auch mittwochs verwenden in Zukunft weil es ja da eine kleine Änderung gibt mal gucken muss ich gucken ja die kleinen Fetzels die lasse ich jetzt hier liegen das ist jetzt zu viel Zeit zu gucken dass ich das große Ganze im Blick habe da haben wir ja keinen da vorne kommt einer da ist einer das ist ich auch das ist natürlich jetzt das ist ist ein bisschen einschläfern ne vor allem wenn ich nichts erzähle was passiert ja nicht mehr wir können nicht mehr viel planen wir können nicht mehr viel machen das wiederholt sich alles jetzt wäre live stream schön könnte ich einfach ein thema öffnen und ich könnte eure kommentare nebenbei lesen was ihr von der ganzen geschichte haltet bin immer gespannt wie der live stream wird nächste woche der abschluss live stream live live stream die leute habe ich das ist gottes dank mal nachmittags wahrscheinlich der live stream da bin ich nicht so müde ich bin mal gespannt wie viele auch kommen also wie viele es gucken doch sehr viele das projekt hier auf meinem kanal und wie viele davon zum live stream kommt das könnte neuer live stream rekord werden wenn allein wenn nur die hälfte kommt glaube ein aktueller rekord liegt bei 250 oder so zuschauern könnte tatsächlich rekordbrechende angelegenheit werden da bin ich echt mal gespannt da nicht zwischen partner wert aber da das dauert wahrscheinlich nachher ich kann mich das nächste mal bewerben in drei vier wochen glaube ich aber dann mit einem stream tag mehr und zwei stream abenden mehr müsste es passen glaube ich wenn die dann sehen okay der junge hat ein bisschen mehr weil ich fühle dass ich dass das abbrechen nicht ich verstehe das schon dass sie sagen die g du hast zwar geile zahlen so an sich aber du willst halt nur sonntag abend außer wenn du dich bewirbst dann machst du halt mal zwei wochen vollgas das bringt uns nix auch mal weiter so bist du auf einem guten weg aber reicht uns noch nicht verstehe ich kann ich nachvollziehen bin ich auch nicht böse also nicht mehr oder so ist ich finde es klar schade schon gern den haken aber ist jetzt nicht so dass ich da hat alle unverständlich finde und total abgefuckt oder so alles gut ich verstehe das schon wäre auch blöd wenn wenn es zu einfach wenn es zu einfach wäre oder bei jeder twitch partner dann ist ja gar nichts mehr besonderes auch ein affiliate kannst du dir inzwischen kaufen sicher vielleicht geworden bin war das noch nicht möglich da musst du halt noch deine durchschnitts zuschauer erreichen genauso wie als tino partner geworden ist bei twitch war das auch noch eine ganz andere nummer als jetzt und daher ist das schon ganz gut so ist es würde ich sagen ich meine ich weiß ja nicht mal was das für vorteile bringt dieser partner ich will jetzt einfach nur den haken haben an meinem namen darum geht es mir ich glaube du kriegst andere prozente bei tier 2 tier 3 sub aber tier 1 sub bleibt aber das spielt ja bei mir eh keine rolle weil ich habe nur tier 1 subs ich habe glaube ich zwei tier 2 subs oder so also das ist jetzt äh das spielt dann gar keine geige es ist so dunkel man ich sehe meine meine lines gar nicht mehr transport fieber habe ich einen live stream projekt das würde ich eigentlich auch gern weiter spielen da haben auch eigentlich immer gut zugekommen die haben das eigentlich recht recht gefeiert überraschenderweise die hatten da richtig bock drauf und anno würde ich eigentlich auch gerne live stream ich weiß nicht ich bin halt so ein live stream fan geworden weil es einfach schön ist mit euch aktiv zu agieren und zu reden aber du kannst ja nicht jeden scheiß live stream das geht auch zeitlechnisch gar nicht anno zum beispiel könnte ich nicht live stream weil das nehmen wir montag auf während tino live ist es würde so technisch also würde sich in die gb nicht gehen aber montag ist an sich ein sehr geiler zeitpunkt mann aufzunehmen weil du hast montag ist natürlich montag jeder ich glaube es gibt wenige leute die montag geil finden und dann sich abends dann gemeinsam hinzusetzen und eine entspannte runde anzuspielen ist eigentlich schon ganz geil muss ich sagen also das ist dann schon ein spannender wochenstart von daher feiere ich den zeitpunkt eigentlich echt heftig das würde ich gerne so beibehalten so dann werden wir noch ein bisschen sammeln immer gleich hier ihn mit ohne den nicht war wieder ein leck jene ich den ich die presse ah da liegt auch noch was marie spielt gta ich habe wohl bildschirmaufnahme gemacht nicht fensteraufnahme weil sonst würdet ihr das gar nicht sehen macht ja nichts das ist ja nichts was man verheimlichen muss die sind nämlich gerade ein bisschen am gta chillen auf frizzy seinem server könnt ihr euch immer noch bewerben übrigens einfach über die mcmanus homepage da ist oben ein reiter der ist gta wenn er da drauf klickt kommt er in ein bewerbungsformular und da einfach reinschreiben wie alt ihr seid was zu eurer person und dann den fiktiven charakter den ihr in gta spielen möchtet beschreiben wo der herkommt background story und so weiter und da könnt ihr bei uns mitspielen wir brauchen immer noch leute um den server voll zu kriegen dass da auch ein bisschen leben in der stadt ist ist schon richtig gut geworden inzwischen aber ja wir brauchen halt noch mehr je mehr ihr desto besser kann man durchaus sagen bei gta und daher bewerbt euch sehr gerne wenn ihr über 18 seit wie gesagt ich werde da auch jetzt mehr sein und da eine neue rolle ausfüllen also wenn er dann auch mit mir ein bisschen zu zocken vielleicht dann raus mit den bewerbungen und rein in state of freedom wenn er genommen werdet was das schon wieder ich dachte wir kriegen einen anhänger voll es ist so dunkel wahnsinn gleich war das stückchen noch mit und dann war oben mittig noch was ne dann gehen wir rüber auf die andere wiese war doch irgendwo war doch hier mittig noch was guck dir das an man sieht einfach nichts man sieht einfach nicht nehmen wir auch noch mit oder kriegen wir glaube ich sogar noch einen ballen voll 2 prozent ja ja sehr schön ballen voll bekommen sag mal oh nein der hat das zurückgesetzt weil das anderes gras war schade doch kann bei den voll bekommen naja die hohe trocknung haben wir gar nicht nutzen können so irgendwie in dem projekt so wie ich mir das vorgestellt habe als ich es anfangs gekauft habe so sind wir noch auf dem feld ob die mit dem stroh vorne schon fertig sind sehe ich jetzt gar nicht gleich noch was zu dringend einsteigen in der pause macht der hilton jetzt also trischt jetzt überlegt wurde ich habe den schon ewig nicht gesehen aber der ist ja unten am dreschen gibt auch noch mal money der ganze raps war mir richtig gut dass er das feld da damals gesaved hat zur kurve ansetzen so meine lieben aber wir sind wieder am ende der folge angelangt das bleibt da wie immer wenn es euch gefallen hat schreibt noch in die kommentare was wir im live stream machen wollen und habt noch einen wunderschönen sonntag vielleicht sieht man sich heute abend bei zero hero im live stream ab 19 30 ansonsten lasst die woche schön ausklingen und einen ruhigen und entspannten wochen start am montag bis dahin ciao so 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 so